Herzlich Willkommen Willkommen bei Marc Erklärt. Heute geht es um den Restelöffel S von Kochblume. Eine absolute Revolution, ein Teil, was ihr euch gewünscht habt und für die, die es nicht kennen, lasst euch überraschen, was ihr damit alles machen könnt. Es fing alles einmal an mit einem Restelöffel in groß. Nämlich die Idee war die, einen Löffel zu kreieren, der sozusagen flexibel ist, der flexible Öhrchen hat und der einen langen Stiel hat, um in Ketchupflaschen reinzukommen, Mayonnaiseflaschen reinzukommen, Reste herauszuholen. So, dieser Löffel wurde von euch zweckentfremdet und ihr habt angefangen damit zu essen und auch kleinere Gläser damit auszuputzen. Logisch war natürlich die Forderung zu sagen, mach doch mal einen kleinen Löffel. Da ist er und zwar sieht er so aus. Das heißt, wenn wir uns jetzt im Vergleich die Länge anschauen, ist er erheblich kürzer geworden. Wenn wir uns unten die Nase anschauen, dann ist die etwas flacher geworden. Das heißt, ich lege die jetzt hier mal übereinander und dann sieht man bei dem Langen, da schaut das etwas vorne raus, das ist flacher gemacht worden. Und wie bei Kochblume immer ist es sozusagen ein Edelstahl, was im Material drin sitzt. Das heißt, die Stabilität ist gewährleistet bis in den Stiel oben hinauf. Und dann ist das Ganze mit Silikon überzogen. Das heißt, die Seiten sind flexibel, die Nase ist flexibel und das ist dann das Geniale. Natürlich auch hier wieder Spülmaschinen fest, Säurelauge beständig, 100% Lebensmittel echt, BPA frei. Das heißt, ihr könnt selber damit essen, ihr könnt Babys damit füttern, ihr könnt damit alles veranstalten, was ihr zu Hause machen wollt. Ich habe ein paar Ideen hier vorbereitet. Lasst mich aber vorneweg noch eins sagen, für die Fans der Marke Kochblume, die alle schon den Flexlöffel kennen und haben, kurz auch hier nochmal der Größenvergleich. Das heißt, wir sind in der Länge gleich. Nur wenn ich jetzt mal die beiden Laffen übereinander lege, dann merken wir den Unterschied, dass das etwas kleiner geworden ist. Das heißt also, zum Essen wesentlich besser, weil hier musste man schon, bei mir war es kein Problem, ihr habt eine Riesenklappe, aber man musste schon ordentlich den Schnabel aufsperren. So, und jetzt gehen wir mal in die Sache hinein. Und ja, wo ist der Einsatz perfekt? Nämlich immer da, wo ich Reste habe, wo ich Gläser habe, wo ich Dinge herausholen möchte. Und ich habe hier mal als allererstes eins vorbereitet, nämlich zum Beispiel so ein Pesto-Glas. Sündhaft teuer, wenn ich mir da was Leckeres hole. Und wie kriege ich den Rest raus? Normalerweise immer mit dem Metalllöffel alles nach unten schieben und dann unten probieren, das Ganze herauszukratzen. Hier habe ich jetzt den Vorteil, ich gehe quasi in das Glas hinein und jetzt ziehe ich quasi außen am Rand einmal entlang und kann mir sozusagen alle Reste perfekt herausholen. Und jetzt holen wir hier mal die erste Portion heraus, in das Gläschen hinein. Wir holen uns die zweite Portion heraus, in das Glas hinein und schau mal her, auch hier oben. Und damit sieht man jetzt, wie perfekt sich sozusagen das Material Silikon hier anpasst. Das heißt, ich kriege wirklich die allerletzten Reste heraus, auch hier oben am Glasrand. Und auch ganz, ganz wichtig, hier oben in diesem letzten Knick oben am Glas. Das heißt also, das Ganze ist sozusagen fertig geputzt. Wenn ich mir jetzt diese Schale hier anschaue und ich habe das hier im Löffel, dann ist ja das auch immer wieder das Problem, man würde jetzt hier mit dem Finger durchgehen. Nicht so hier, denn ich gehe einmal an den Rand und dadurch, dass der Löffel flexibel ist, kann ich sozusagen alles aus dieser Laffe herausholen. Wirklich perfekt. So, das war die erste Übung und wir schauen uns sofort die nächste Übung an. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jedem immer sofort zu Hause einfällt, nämlich hier diese Schokoladencreme. Das heißt, wie kriege ich die heraus? Auch wieder einfach nur den Löffel ansetzen und einmal entlang fahren. Und ich komme bis unten ins Glas und kriege auch das wieder sauber heraus, oben ins Glas und das Ganze wird wirklich blitzblank sauber. Und da ist es nachher egal, wie groß mein Glas ist, wie tief mein Glas ist. Und auch hier wieder ganz wichtig, einfach nur an den Schüsselrand oder auch direkt aufs Brötchen gehen und das Ganze abziehen und sozusagen diese ganzen Reste quasi in die Schale hineingeben. Natürlich kann ich das auch hier wieder abziehen, sauber und das ist wirklich perfekt zum Arbeiten. Auch das stellen wir auf die Seite und ihr werdet eins sehen, es ist ja grenzenlos. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Avocado habe, ich zum Beispiel liebe Avocado, nur mit dem Metalllöffel ist oft so, man schabt fast durch die Schale durch. Und auch hier kann ich hineingehen, kann mir sozusagen die Avocado aus der Schale richtig perfekt auslösen, kann mir das hier hineingeben und kann diese letzten Reste hier aus der Schale herausnehmen, ohne etwas zu verletzen. Und auch hier, schau mal her, funktioniert das optimal und das hier, ich kann immer nicht widerstehen bei Avocado, ist quasi wieder sauber. Also auch das funktioniert wirklich perfekt. Und wenn wir jetzt natürlich auch bei dem Kleinen zum Beispiel Flaschen haben, ich denke da im Speziellen an solche Grillsoßen zum Beispiel, dann ist ja immer die Herausforderung, ich habe eine relativ dünne Öffnung hier oben und dann möchte ich aber in die Tiefe unten hinein. Ich glaube, das weiß jeder, du kannst am Ende nur hier den Deckel aufschrauben, die Flasche Richtung Deckel stellen und warten, bis alles runtergelaufen ist und dann nachher schnell den Deckel aufdrehen, sodass es rausläuft. Nicht so hier, sondern auch hier. Achtung, einfach oben hineingehen, legt seine Öhrchen an. Jetzt bin ich in der Flasche drin und jetzt kann ich hier unten sozusagen meine Flüssigkeit herausholen und kann das wie so bei diesen Flaschenschiffen oder wie hießen die früher, Kevin? Flaschenboote oder sowas. Da hat man doch auch so durch den Hals gearbeitet. Kann ich mir das Ganze hier herausholen. Also auch da sind wir absolut stressbefreit und können alle Dinge, die wir leer löffeln wollen, wo wir Reste herausholen wollen, perfekt hier rausholen. So, das stellen wir auch wieder hier rüber. Und klar ist natürlich eins, dass gerade zum Beispiel bei Babybrei, bei solchen Sachen, dieser Löffel definitiv natürlich auch zum Verzehr geeignet ist. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Babybrei habe, dann kann ich das quasi aus dem Glas direkt rauslöffeln. Ich kann es direkt sozusagen verfüttern und habe die Möglichkeit, so quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich Reste herausbekommen und aber gleichzeitig das Ganze auch zum Verzehr quasi nutzen. Und wenn wir uns vielleicht noch ein kleines Beispiel anschauen, dann haben wir den Joghurt. Und beim Joghurt ist es ja immer so, man hat die großen Becher. Ich liebe ja große Becher. Kevin isst immer drei Joghurt. Ich esse nur einen, weil ich den großen Becher nehme. Ja, und auch hier ist es ganz eindeutig so, ich kriege sozusagen immer von Anfang an die letzten Reste sozusagen herausgezogen. Und ganz klar, und das haben wir jetzt in der ganzen Firma getestet. Es ist ein Löffel, der total angenehm ist zum Essen. Und nochmal, bei Silikon ist es ja so, es ist dasselbe Material wie bei Babyschnuller. Fläschchen aufsetzen. Das heißt also, auch wenn ich jetzt zum Beispiel kleine Kinder damit füttere oder die würden da draufbeißen, ja, dann kann keine Verletzung an den Zähnen stattfinden. Es kann aber auch keine Verletzung am Material stattfinden. Hinterher in die Spülmaschine. Und das Ganze ist erzählt und ihr merkt, das liegt wirklich perfekt in der Hand. Und nochmal der Vergleich. Wenn ich jetzt quasi den Flexlöffel nehmen würde, ja, dann wäre das einfach der größere Löffel. Und ich müsste von der Breite her den Mund weiter aufmachen. Also, das ist wirklich eine Top-Alternative. So, und das war es auch schon wieder. Das heißt, ihr überlegt euch nachher einfach, passt das in meinen Haushalt, brauche ich so etwas. Ich kann euch eins sagen, bestellt gleich drei, vier oder fünf Stück. Weil, wenn er einmal da ist, sei das morgens das gekochte Ei oder sei das auch nur beim Frühstück. Ihr kennt das zu Hause, die Leute mit dem Buttermesser in die Marmelade oder in die Nuss-Nougat-Creme reingehen, ist das immer ein Horror. Bei uns sieht das nachher so aus, ihr gebt sozusagen einfach diesen Löffel hinein und das ist sozusagen der Marmeladenlöffel, der mir aus dem Marmeladenglas die Marmelade auf das Brötchen schöpft und dann wieder zurückkommt und keine Butterreste mit da drin sind. Also, auch das natürlich eine absolute Alternative. Ich würde vorschlagen, wir schauen noch schnell über die Farben. Dann war es das schon wieder. Und zwar haben wir alle Farben da und das freut mich immer sehr. Es ist egal, ob ihr euch nachher für Lila entscheidet, ob ihr Pink wollt, ob ihr Rot wollt, ob ihr Orange nehmt. Wir haben das Ganze in Limette, in Türkis, in Hellblau, in Dunkelblau und natürlich in Anthrazit. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, euer Marc und bis zum nächsten Mal bei Marc erklärt. Bye, bye.